Ja, natürlich. Ich habe das Spiel gesehen und war das letzte Spiel in San Siro für den ersten Platz zu kämpfen. Sie haben mit einer großen Personalität gespielt, mit einer großen Erwachsene Leistung. Ich freue mich und bin sehr stolz, dass diese Gruppe, diese Mannschaft, dieser Bereich, meine Bereich, die nächste Runde in der Champions League erreicht. In dieser Art und Weise. Sie spielen gut und es ist eine Konsequenz von der großen und guten Arbeit, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Total verdient. Aber sicher, sie sind competitive und es kann eine große Überraschung sein in der Champions League. Wirklich.